In diesem Video gebe ich euch 5 Tipps, die euch helfen können, bei Songs of Conquest auf das nächste Level aufzusteigen und auch die schwerste KI zu Boden zu ringen, um wirklich zu zeigen, dass ihr Meister der Eroberung seid. Wer das Spiel noch nicht kennt, guckt einfach mal in die Beschreibung, da findet ihr eine Vorstellung des Ganzen, was für Mechaniken ihr zu beachten habt, was die Besonderheiten sind. Das ist ein geistiger Nachfolger von Heroes of Might and Magic 3. Wie immer bedanke ich mich vorab schon mal fürs Zuschauen, haut gerne einen Subscribe und ein Like raus, das würde mir helfen, das Ganze weiterzuführen und wenn ihr sonst noch Anliegen habt, schreibt gerne, diskutiert gerne und jetzt viel Spaß damit. Beim ersten Tipp gehen wir erstmal auf die Fraktionen ein. Ich hatte euch ja erklärt, dass es 4 Fraktionen gibt und alle 4 Fraktionen spielen sich unterschiedlich. Ich habe jetzt einfach mal ein Spiel mit den Rana gestartet, das sind die Frosch und Drachen, Menschen plus Bestien und die haben natürlich auch wieder spezielle Unterschiede zu den anderen Fraktionen. Ihr müsst immer darauf achten, welche Ressource braucht die Fraktion besonders viel. Ein Beispiel kann ich einfach mal mit diesem Lager hier bringen, das ihr aufwerten könnt, mehrere Schritte lang. Und hier seht ihr das Lager verbessern von der zweiten auf die dritte Stufe, kostet viel Holz, wenig Stein. Das ist bei anderen Fraktionen tatsächlich nicht so und die erste oder die erste Erweiterung ist immer gleich 5 Stein, 5 Holz und eine gewisse Anzahl an Gold. Aber ab dann variiert das und ab der dritten, vierten Stufe werden das auch schon mal 40, 50 Holz und nachher sogar 70 Holz, wenn ihr es zur letzten Stufe ausbauen wollt. Das heißt, dieser Unterschied zwischen Stein und Holz wird dann immer größer. Dieses Prinzip zieht sich bei allen Fraktionen durch. Ich zeige euch gleich mal zum Vergleich nun mal die Barriere, aber erst noch mal kurz zu Rana. Denn Rana hat auch den Schwerpunkt Holz hier nochmal wieder gespiegelt. Ihr seht, das kostet Holz. Genauso kostet die Schamanenhütte Holz. Außerdem auch die Pilze kostet Holz. Das sind jetzt schon noch eher die kleinen Gebäude, die sich noch relativ gleichen. Kassauer oder interessanter ist das Ganze bei den mittelgroßen und den großen Gebäuden. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel mal hier auf diese Schlammhütten guckt, seht ihr erstmal wieder Holz. Das ist schon das Normale. Und die Kreaturen, die hier rauskommen, kosten zum Glück noch keine extra Ressourcen. Geht ihr aber jetzt mal runter zum nächsten Gebäude, seht ihr schon mal, aha, das ist so das erweiterte Gebäude. Hier braucht ihr schon Schimmergewebe. Das heißt also, für euch ist schon mal Schimmergewebe, wenn ihr jetzt wirklich auf diese Bäschen gehen wollt, wichtiger als Bernstein und Himmelserz am Anfang. Das Wichtige ist aber natürlich, ihr müsst ja immer das gesamte Bild betrachten. Das heißt, jetzt könnte ich sehen, ah, okay, einmal kostet mich das Schimmergewebe. Ich könnte auch beim Upgrade nochmal sehen, auf Ebene 2, wird mich wieder Schimmergewebe kosten. Und hier würde ich auch wieder gucken können, aha, Schimmergewebe und himmlisches Erz. Und das variiert halt auch pro Fraktion. Und dann kommt noch ein Sonderfall dazu. Wenn ihr nämlich zum Beispiel hier, braucht ihr auch wieder antiken Bernstein. Wenn ihr diese Schildkröte auch bauen wollt, dann braucht ihr auch schon eine extra Ressource. Und diese extra Ressource wäre jetzt bei den Rana nochmal diese Schimmerseide. Diese Schimmerseide müsst ihr dann sammeln, um eben diese Schildkröten-Eltesten zu bekommen. Ihr braucht aber, ihr seht natürlich überall immer alle Ressourcen. Aber es gibt halt Schwerpunkte, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel 40 von diesen Ältesten beschwören wollt, braucht ihr auch 40 Schimmerseide dazu. Und könnt nicht nur mit Geld arbeiten. Beim großen Gebäude ist das natürlich dasselbe oder sehr ähnliche Prinzip. Ihr seht hier diese Edra, die kosten tatsächlich als einzige T3-Einheit keine Ressource. Auch das ist schon ein großer Unterschied zu den anderen Fraktionen. Allerdings deswegen, weil es zwei Erweiterungen dabei gibt. Und die erste Einheit nicht so stark ist, wobei sie jetzt auch okay ist. Kostet schon mal antiken Bernstein. Und wir können jetzt sehen, der Drache würde uns zwei Bernstein kosten für jede einzelne Einheit. Und ihr seht, Schimmergewebe und antike Bernstein wären wiederum die Kosten. Also ist die Rana-Fraktion schon sehr spezialisiert auf Schimmergewebe und antike Bernstein. Ihr braucht natürlich, wie gesagt, immer alle Ressourcen. Aber eben diese Ressourcen sind hier absolut key. Und das ist bei anderen Fraktionen natürlich genau anders. Das sieht man teilweise auch in der Forschung wieder gespiegelt. Manche brauchen hier Schimmergewebe, andere brauchen halt wieder andere Ressourcen dabei. Wobei das nicht ganz so drastisch ist wie bei den Gebäuden. Aber gerade sowas wie die Spezialisierungen hier für die Rana- oder Bäschenforschung können schon stark variieren, wo hier der Fokus liegt. Ihr seht hier antiker Bernstein, kommt ab und zu mal Himmelserz. Aber ansonsten antiker Bernstein und die Schimmergewebe sind hier das Wichtigste, was ihr haben könnt. Das merkt ihr hier zum Beispiel dran. Alles antiker Bernstein, alles Schimmergewebe. Als Gegenbeweis zeige ich euch wie gesagt mal Bayer, die Händlerfraktion, die vor allen Dingen den Fokus auf Stein legt. Das seht ihr schon beim ersten Upgrade. Also nicht nur so, dass es sich beim zweiten erst ändert, sondern beim ersten Upgrade auch schon eine Änderung. Wobei die jetzt nicht gigantisch ist, aber ihr habt zehn Steine statt fünf Holz, fünf Steine. Wenn ihr jetzt upgradet und wieder drauf schaut, könnt ihr sehen, ihr braucht jetzt zehn Steine und zehn Holz. Während es bei den Rana so war, dass ihr 15 Holz und fünf Steine braucht. Das heißt, es wird halt immer mehr ein Fokus auf eine gewisse Ressource gelegt. Beispiel will ich jetzt nur ganz kurz mal durchzeigen. Ihr seht, jetzt kostet zum Beispiel der Außenposten hier Stein. Das hier ist glaube ich relativ ähnlich, beim Laden auch. Aber wenn wir jetzt wieder auf die mittelgroßen Sachen kommen, dann sehen wir hier, kostet auch noch Holz. Aber hier sehen wir schon Stein und Himmelserz, oder himmlisches Erz. Genau so hier, Stein und himmlisches Erz. Wenn ich jetzt den Kunsthandwerker bauen will, der hat zum Beispiel die Besonderheit, dass er keine Ressource kostet. Ein bisschen oder die Schatten, einzelne Schatten. Genau, die Schatten bräuchten dann auch wieder Schimmerseide. Sind aber jetzt, wie ihr seht, in diesem Gebäude statt in dem Gebäude, sind auch sehr seidenlastig die Baier, aber eben mehr steinlastig. Und bei der Großen, beim Großen, dann seht ihr den Höllenspeier. Der Höllenspeier kostet himmlisches Erz. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht den antiken Bernstein so sehr, sondern, wie ihr seht auch hier unten in den Kosten, das himmlische Erz. Und beim Höllendrescher, die Erweiterung, ist es einfach das Doppelte, also zwei himmlische Erz. Generell seht ihr hier den Fokus, sehr teuer. Und ihr seht halt einfach, generell haben wir 25 himmlisches Erz, 5 Schimmergewebe, 5 Bernstein. Wenn wir bei dem anderen eigentlich fast nur Bernstein brauchten, also ich sag mal, im Schnitt 25 wahrscheinlich für das erste Upgrade. Und dann von den anderen wieder 5 Ressourcen. Und das ist ein großer Unterschied. Und genauso seht ihr es auch in der Forschung, wenn ihr jetzt zum Beispiel das, was wir eben anhatten, Verbesserungen rein von den einzelnen Kreaturen. Sehen wir hier nur Schimmergewebe, Schimmergewebe. Und hier haben wir antiker Bernstein zweimal. Und hier haben wir antiker Bernstein und hier himmlisches Erz, Schimmergewebe, Schimmergewebe. Das heißt, wir haben zwar noch Bernstein dazwischen, aber Schimmergewebe und himmlisches Erz ist deutlich wichtiger. Seht ihr hier auch? Antiker Bernstein, himmlisches Erz, himmlisches Erz, himmlisches Erz und hier wieder Schimmergewebe. Das heißt, die würde sich jetzt eher, natürlich braucht ihr immer noch Schimmergewebe zwischendurch, wie gesagt, das werdet ihr niemals wegdenken. Aber ihr werdet eher den Fokus darauf haben, die Schimmergewebe zu finden und das himmlische Erz zu bekommen. Das heißt, eine Miene für himmlisches Erz oder ein schwerer Kampf für himmlisches Erz wäre wichtiger als für antiker Bernstein. Nach diesem langen Tipp sage ich euch erstmal einen ganz kurzen Tipp. Und zwar habt ihr das essentiellste Gebäude in Form des Bazars bzw. des Marktes. Denn der Markt ist ähnlich wie bei Heroes of Might and Magic so gestaltet, dass ihr, je mehr bazare Märkte ihr habt, die Preise zum Handeln immer besser werden. Das heißt, hier würdet ihr dann sehen, wie kostet, wie viel Preise oder wie teuer sind dann jetzt die verschiedenen Ressourcen. Am Anfang schweineteuer, je mehr ihr davon habt, desto besser. Mein Tipp ist da ganz klar und das hätte mir auch auf jeden Fall jemand vorher sagen sollen, baut in jeder kleinen Siedlung, also nicht unbedingt den großen. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr einen Platz übrig habt, aber jede von den kleinen Siedlungen ein Bazaar hinein. Ich hätte jetzt auch schön ein Savegame gezeigt, aber da das Update gerade gefahren wurde, ist mein Savegame tatsächlich zerstört worden. Bisschen lästig, aber diesen Bazaar immer in den kleinen Siedlungen, die nur zwei kleine Bauslots und einen mittleren Bauslot bereithalten, produzieren. Dann habt ihr nachher super Werte fürs Handeln und könnt die Ressourcen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, auch viel leichter erhalten. Und könnt dann auch langfristig diese Hunderten an Schimmergewebe oder himmlische Erbsiehe für die Einheiten braucht, euch auch wirklich leisten. Jetzt, wo wir ein bisschen verschnaucht haben, können wir wieder etwas tiefer vorgehen. Und zwar solltet ihr euch bei jeder Fraktion, egal wie ihr euch da entscheidet, auf jeden Fall auf Einheiten spezialisieren. Ihr dürft nicht davon ausgehen, dass ihr innerhalb des Spiels jede einzelne Einheit entwickeln könnt. Und da meine ich natürlich nicht am Ende des Spiels, wenn ihr schon gewonnen habt und ein paar KI-Gegner ausgelöscht habt und dann unendlich Ressourcen zur Verfügung habt, sondern gerade am Anfang, wenn ihr die KI und je höher die Schwierigkeit eingestellt ist, natürlich auch übervorteilen wollt, eure ersten schweren Kämpfe auch leisten wollt und damit auch relativ ungeschoren herauskommen wollt, müsst ihr schauen, dass ihr eure Ressourcen so verwendet, dass ihr wirklich eine Spezialisierung habt. Beispiel, wir bleiben einfach bei Barjama hier. Ich sage mir am Anfang, okay, ich nehme mir die Musketenschützen. Die müssen zwar nachladen, was ziemlich ätzend ist, das heißt nach jedem Schutz nachladen, auch das ist schon eine Besonderheit. Ein Musketenschütze, hat aber ordentlich Bums und ist auf dem Mittelgroßplatz zu finden. Also auch das muss ich natürlich schon analysieren. Wo finde ich den eigentlich, was ich denn jetzt haben will? Ich möchte jetzt also auf Fernkämpfer gehen und zwar auf den Musketenschützen. Dann ist ja klar, dass ich natürlich möglichst auch die Forschung dahingehend haben will und natürlich auch das Upgrade hier möglichst schnell haben will. Auch das ist ganz wichtig, die Einheiten, die Upgrades sind hier essentiell. Die sind nicht nur ein bisschen besser, wie manchmal bei Heroes of Might and Magic, wo die leicht besser werden, sondern hier werden die extrem viel besser. Da kann es manchmal so sein, dass sie doppelte HP haben, doppelten Damage und dann noch eine krasse Fähigkeit kriegen. Ihr guckt euch halt dann an, was brauche ich dafür? Einen Laden und Schimmergewebe. Ihr könnt den Laden auch nachher wieder zerstören, aber ihr müsst auf jeden Fall einmal den Laden gebaut haben und dann braucht ihr die Ressourcen. Das heißt, ich gucke mir an, okay, Schimmergewebe. Beim Musketier ist das ganz nett noch, weil ich fürs Erste nur Holz brauche. Das heißt, es ist nicht ganz so teuer, als wenn ihr jetzt sagen würdet, ich will unbedingt auf die Sassaniden gehen oder die Bestien gehen. Da bräuchtet ihr schon wieder 5 Himmels Erbs für das grundlegende Gebäude und dann nochmal 10 Himmels Erbs, um euch die überhaupt leisten zu können. Und dann bräuchtet ihr nochmal die Ressourcen für den Schatten. Das heißt, ihr müsst da immer gucken, was kann ich mir überhaupt leisten? Was bietet die Umgebung? Kriege ich extrem viele Ressourcen? Habe ich eine Mine? Ist das überhaupt möglich? Und dann geht es weiter, weil noch immer, die Ressourcen sind ja endlich. Dann guckt ihr euch an, okay, gehe ich jetzt nur auf Harima oder gehe ich nur auf Menschen? Das wäre auch schon mal die Idee vorher. Langfristig könnt ihr vielleicht ein bisschen mischen, aber am Anfang müsst ihr euch ganz klar festlegen, auf welche von diesen Fraktionen gehe ich. Jede Fraktion hat zwei Untersplittergruppen, wie auch immer. Hier wären das die Harima, diese Wesen halt Sassaniden und Bestien und die menschliche Forschung. Das heißt, die menschliche Forschung betrifft dann natürlich auch nur entsprechend eure menschlichen Truppen und die nur die Harima. Zu den Harima zählen auch nur die Pfeifenstimmen, also die Dudelsackspieler, die Bestien und die Sassaniden. Die Bestie hier unten, also die Aasreißer, haben gar keinen Vorteil von euren Entwicklungen hier. Also ich würde jetzt natürlich gucken, ich will also Musketenschütze. Das heißt, für mich ist wichtig Fernkampf erstens und natürlich die Musketenschützen an sich zu pushen, sage ich mal. Die kosten jeweils Schimmergewebe, also 10 und dann wird das immer teurer und ihr müsst auf jeden Fall mit 30 auf jeden Fall rechnen, Schimmergewebe. Und guckt euch dann an, okay, was brauche ich jetzt? Nachkampfoffensive wäre für die Musketenschütze zum Beispiel auch egal. Darauf würdet ihr auch nicht unbedingt gehen. Aber hier die Fernkampfoffensive. Das heißt, ihr bräuchtet wieder mindestens 15 himmlisches Erz plus das ganze Gold. Das kriegt ihr ja relativ automatisch. Außerdem wollt ihr vielleicht die Verteidigung stärken, ergibt also auch nochmal Sinn. Hier nochmal 15 himmlisches Erz. Und so geht ihr halt vor. Natürlich Lebenspunkte auch nicht schlecht. Ihr würdet aber niemals jetzt diese Harima-Forschung pushen. Vor allem nicht am Anfang, weil ihr sagt, ich habe jetzt ein paar Dudelsäcke, vielleicht sollte ich mir ja mal hier hart zuschlagen nehmen. Auf keinen Fall. Wenn ihr sagt, ich will hier auf Muskelzieher gehen, dann könnt ihr höchstens noch sagen, ich brauche noch einen Frontliner. Dann nehmt ihr Pekiniere oder eben die Techniker oder Tüftler. Bitte nicht die Harima dann dazunehmen und alles irgendwie wild durcheinander forschen. Dafür habt ihr keine Ressource. Und dann werdet ihr auch oft scheitern. Auch bei schweren Kämpfen. Und selbst auch bei normalen KI. Weil die KI dann einfach mehr haben wird. Oder einfach besser getaggt sein wird. Und dann beachtet auf jeden Fall diesen Tipp. Spezialisiert euch erstmal auf eine, ich sag mal Lebensform. Und dann am besten noch auf ein, zwei Einheiten, die ihr dann komplett bufft. Wenn ihr dann zu viele Ressourcen habt, könnt ihr nochmal das andere machen. Ihr braucht nämlich neben diesen Techniken auch noch aus der Handels-Skill. Denkt dran, die Stackgröße. Wenn ihr die Musketenschützen haben wollt, braucht ihr auch die höchste Stackgröße. Würde nochmal 15 Schimmergewebe kosten. Was wären das für die nur für die Musketenschützen? 15. 30, also 45 Schimmergewebe. Plus das, was ihr noch fürs Bauen braucht. Das waren auch nochmal 5. Da haben wir nochmal 5. Das heißt, wir haben jetzt schon 50 Schimmergewebe. Plus, wenn wir dann noch die menschlichen Forschungen machen wollen. Nochmal 15 himmlisches Erz. 30 himmlisches Erz. 45 himmlisches Erz. Und 15 antike Bernstein. Das heißt, ihr habt die Ressourcen nicht unendlich. Nutzt die Weise. Für den nächsten Tipp schauen wir uns einfach mal einen Kampf an. Bei dem das Auto Resolve sagen würde, wir würden verlieren. Wir gehen einfach mal zu diesen Ratten. Wir sind ganz am Anfang im Spiel. Wir haben ein Etra und wir haben einmal die Schamanen. Wenn ich jetzt sage, schnelle Schlacht gegen diese Ratten und Skelette. Das ist nicht so wichtig, was für Einheiten das sind. Okay. Eben hat er gesagt, ich würde verlieren. Jetzt sagt er Sieg. Nehmen wir mal einen Sohn natürlich an. Wir würden aber auch niemals bitte so viel verlieren. Das wäre ein Etra weg. Auf keinen Fall. Gehen wir auf automatische Schlacht. Äh, auf manuelle Schlacht. Und schauen uns mal an, worauf ich jetzt hinaus will. Wir haben uns also jetzt schon überlegt. Wir spezialisieren uns. Das heißt, bei der Spezialisierung müssen wir aber auch noch was weiteres warten. Denn, ihr seht es gerade. Denn jede Einheit hat natürlich auch noch Essenzen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Denn diese Essenzen könnt ihr mit eurem Held oder müsst ihr mit eurem Helden dann auch anspielen. Je nach Fraktion, auch da mal wieder eine Variation der Fraktion, habt ihr verschiedene Essenzen, die ihr leichter bekommen könnt über Einheiten. Es gibt aber, glaube ich, nicht alle Essenzen zu finden. Aber es gibt schon Strategien, die fast alle Essenzen bei jeder Fraktion beachten. Ob die dann gut oder schlecht sind, ist natürlich eher so eine Sache. Eher wahrscheinlich gibt es da Vorteile. Beispiel hier wäre jetzt, bei den Rana habe ich jetzt wieder gewählt, wäre jetzt hier der Schamanen, der uns Arcana und Schöpfung gibt. Und unser Etra gibt uns auch Arcana. Das heißt, wir könnten jetzt schon mit den beiden Einheiten sagen, okay, da können wir mit anfangen. Wir gehen jetzt voll auf die Arcana-Essenzen. Ich habe auch einen Helden hier tatsächlich, der nochmal eine Arcana-Essenz zugibt. Das heißt, ich habe jetzt schon überlegt, aha, mein Held hat diese Arcana-Essenzen. Ich kann über diese und diese Einheit meine Arcana-Essenzen noch mehr dazu bekommen und kann natürlich einen riesigen Vorteil bekommen. Denn diese Ratten und diese Skelette, wie gesagt, hätten uns eigentlich besiegt. Scheinbar ist das Auto-Resolve nicht immer gleich. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Und wir können aber damit natürlich arbeiten, dass wir einfach diese Essenzen sammeln, während die Einheiten auf uns zukommen. Ihr seht, jetzt schon haben wir den Geistessperr auf Level 2. Weil ich schon mit meinem Helden einmal aufgelevelt bin, mit so einem XP-Totem, sage ich mal. Und kann jetzt schon 30 Schaden verursachen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal auswähle, könnte ich jetzt schon 6 von diesen Ratten einfach komplett unschädig machen. Solange die auf mich zukommen, werde ich ja auch weiterhin die Chance haben, die Arcana-Essenzen zu sammeln. Ihr seht es, die gehen jetzt weiter hoch. Zack, ich kriege wieder eine Arcana-Essenz. Jetzt haben wir schon 9. Das heißt, jetzt kann ich schon einmal schön auf diese Ratten draufgehen. Weil ich weiß, die kommen jetzt gleich zu uns hin. Kann die Fähigkeit vom Eldra benutzen. Und jetzt kann ich auch nochmal auf diese Ratten draufgehen. Und damit sind die Ratten eigentlich schon unschädig gemacht. Das zeigt, dass wir beim Auto-Resolve nicht immer wirklich an. Das heißt, ihr werdet da nicht immer die Information bekommen. Ihr müsst für euch selber wissen, welche Truppe hat denn welche Essenzen. Das seht ihr hier. Wieder kann ich jetzt die Chance nutzen, dem Schaden zu machen. Natürlich könnt ihr auch mehr sparen. Und dann könnt ihr natürlich nochmal auf andere Sachen gehen. Aber jetzt seht ihr, der Verlust ist halt viel, viel, viel geringer, als wenn wir jetzt den Kampf einfach hätten so kämpfen lassen. Ihr seht jetzt hier, zack, ich kann draufgehen. Haut zu. Und dann ist der Kampf auch schon gewonnen. Statt, dass ich also meinen Edra, meine T3-Einheit verliere und 3 Schamanen, habe ich jetzt einen Schamanen verloren. Wahrscheinlich, wenn man einen anderen Zauber benutzt hätte, hätte man vielleicht sogar gar keinen verlieren können. Aber das sei jetzt erstmal als Beispiel genug, um euch zu zeigen, worauf ich hinaus will. Das heißt, ihr guckt euch wieder an. Geht wieder in dieses Menü und schaut, okay, welche Essenzen bieten mir die Einheit. Hier das Gelbe ist immer Schöpfung. Das Rote ist immer Zerstörung. Im Schamanen haben wir ja eben schon gesagt, Schöpfung und Arkanen. Und so guckt ihr euch an, was bieten mir die Viecher. Und ihr seht natürlich sowas wie dieser Trommel oder dieser Beber. Der aber, finde ich, nicht so super cool ist. Hat schon drei Essenzen. Und genauso ist das bei dieser Schildkröte, wenn ihr die auf Level 2 upgradet. Und die kann in der Forschung noch eine vierte Essenz bekommen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch euch damit spezialisieren. Und müsst dann auch euren Helden mit entsprechenden Zauberkünsten, also Zauberschulen, spezialisieren. Dass ihr einfach bestimmte Einheiten habt, die zum Beispiel jetzt hier Arcana und Schöpferessenz immer bereitstellen. Sodass ihr voll auf dieses Zauber gehen könnt und damit so richtig abrocken könnt. Ja, und das könnt ihr bei jeder Einheit immer unter der Einheit festhalten. Und das ist auch eine essentielle Sache, um halt anständig im Kampf Vorteile zu gewinnen. Die Spells halt am besten mehrfach in der Runde raushauen zu können. Weil ohne das werdet ihr nicht wirklich einen großen Vorteil haben. Und werdet diese Mechanik, die ja hier coolerweise drin ist, nicht wirklich ausnutzen. So, und für den letzten Tipp gebe ich jedem, der jetzt noch so lange drangeblieben ist, den tollsten Tipp. Denn wir kämpfen jetzt gleich den gleichen Kampf gegen die Ratten noch einmal. Machen aber vorher etwas. Ich habe jetzt nochmal einen Armee-Slot besorgt. Und drücke jetzt mit STG. Und dann klicke ich hier und klicke nochmal. Und mache daraus drei Stacks. Vorsichtig erstmal generell, wenn ihr das tut. Ihr kriegt jedes Mal einen Malus, beziehungsweise die Gegner einen Bonus, wenn ein Stack von euch stirbt. Das heißt, je kleiner Stack ist, desto anfälliger seid ihr halt für negative Mali- oder Buffs der Gegner. Deswegen freue ich mich dabei, diesen Trick nur anwenden, wenn ihr sicher seid, dass ihr auch wisst, was ihr tut. Warum habe ich das getan? Ja, gucken wir uns einfach nochmal den Kampf gegen die Ratten an. Gehen auf schnelle Schlacht. Gucken wir, was er jetzt sagt. Vielleicht sagt er jetzt sogar wieder, das war aber erst eine doofe Idee. Jetzt verlierst du. Ne, ihr seht, oh, Sieg und keine verlorene Truppe. Hm. Gucken wir uns das nochmal an. Warum? Ja, wer es schon weiß, diese Essenzen, die ich euch gerade eben erklärt habe, kommen nicht davon, dass ihr 10 in einem Stack habt zum Beispiel. Also ich kann es ja einfach mal nach hinten gehen. Das heißt, jetzt jede einzelne von diesen Schamanen wird euch jetzt eine Essenz dazugeben. Das heißt, ihr kriegt jetzt statt, dass wir eben zwei Essenzen von den zwei Stacks bekommen haben, kriegen wir jetzt vier Essenzen dazu. Das heißt, wir haben viel mehr Arcana jetzt übrig, um halt unsere Zauber gleich zu wirken. Ich zeige euch ja weiter. Ich will das jetzt erstmal noch zeigen, worum es mir noch geht. Ja, das wäre eigentlich schon der Tipp. Den könnt ihr schon mal mitnehmen. Wenn ihr zum Beispiel nur mit diesen Schildkröten kämpft oder nur mit den Tüftlern, also diesen Viechern, die euch drei oder mehr Essenzen pro Runde geben, und die einfach hinten stuig stehen lasst und alle Gegner auf euch zukommen lasst, könnt ihr so viele Essenzen zusammen sammeln, dass ihr die eigentlich schon vernichten könnt, eure Schildkröten komplett abschirmen könnt, die nach hinten pushen könnt, blenden könnt und so weiter und so fort, so dass ihr gar nicht mehr kämpfen müsst, was absolut genial ist. Dann will ich noch darauf hinaus, bitte benutzt immer die Fähigkeiten eurer Einheiten. Hier zum Beispiel Hinterhalt. Wenn die Einheit in die Kernschussreichweite kommt, wird sie sofort benutzt oder wird sie sofort attackiert. Das Spiel zwingt euch nicht, das zu benutzen. Ihr seht, das ist das Symbol. Mehr nicht. Ihr könnt Q drücken noch, aber ihr seht da keine andere Aufforderung. Hey, willst du die Fähigkeiten benutzen? Denkt daran, diese Fähigkeiten zu benutzen, die sind nämlich essentiell. Und denkt auch noch, das ist der letzte Tipp, den ich euch da mitgebe, denkt daran, ich mache jetzt hier einfach mit dem weiter. Weiter geht's zum Letzten. Jetzt kann ich, weil ich ja gesammelt habe, alle Ressourcen, die ich mir jetzt zusammengesammelt habe, in eine Runde rausballern. Ich muss jetzt nicht irgendwie, wie bei Heroes of Might and Magic, einmal pro Runde zaubern, sondern ich kann so oft zaubern, wie ich Bock habe. Das heißt, wenn ich jetzt mit den Ratten verfahren will, kann ich zum Beispiel sagen, ich bezahle für sieben erst mal dieses Zurückstoßen und könnte die Ratte einfach mal schön nach da hinten zurückkicken. Ihr seht, das ist eine ordentliche Reichweite, bis zu vier Hexfelder. Und ich könnte das ganze Spiel jetzt nochmal mit dem Skelett machen und könnte jetzt mir einfach weiterhin die Ressourcen sammeln. Jetzt kommen die Ratten natürlich wieder nach vorne, aber währenddessen sammle ich jetzt wieder meine Ressourcen und kann eigentlich die Ratte jetzt schon wieder nach hinten schleudern. Währenddessen merkt ihr vielleicht, während ich die Ratte jetzt wieder nach hinten geschleudert habe, das Skelett kommt noch immer nicht an, die Ratte noch immer nicht. Währenddessen sammle ich die ganze Schöpfungsessenzen. Das heißt, diese Schöpfungsessenzen, da war ich mir sozusagen. Jetzt habe ich schon zehn Schöpfungen und kann jetzt zum Beispiel irgendwas anderes machen, wie zum Beispiel diese Blockade bauen oder die mit irgendwelchen Initiative-Zaubern nochmal schädigen, wodurch sie halt geschwächt werden. Das sind die jetzt in dem Beispiel hier nicht das Beste. Wie gesagt, mein Savegap ist leider gekillt worden, sonst hätte ich das nochmal in einem prägnanteren Beispiel gezeigt. Aber ihr könnt hier tatsächlich die Einheiten so lange zurückhalten, wie ihr eigentlich lustig seid, indem ihr eure Ressourcen halt gewinnenbringt nutzt. Zum Beispiel könnte ich jetzt einfach mal hier eine von diesen Barrieren bauen und hier eine von diesen Barrieren bauen. Das heißt, die Ratte kommt jetzt auch gar nicht mehr nach da hinten. Die käme auch nur noch nach da vorne. Wäre jetzt nicht so gut, das ist jetzt rein eine Demonstration. Ihr versteht aber, was ich meine. Ihr könnt hier tatsächlich massiv euer Spiel manipulieren, indem ihr halt so vorgeht und gewisse Dinge halt immer wieder beachtet, wie halt dieses Deck spalten, wodurch ihr so viel Arcana oder generelle Essenzen bekommt, die Fähigkeit benutzt und die Zauber halt wirklich raushaut pro Runde. Das war jetzt sehr ineffizient, besser wäre halt der Geistessperr gewesen. Aber es war nur ein Beispiel. Ihr könnt nämlich auch eure Einheiten verschieben. Ihr könnt die gegnerischen Einheiten, wie gezeigt, verschieben. Ihr könnt ja diese Barrieren bauen. Die müssen die erstmal kaputt haben, wenn ich ein Dritter hätte und so weiter und so fort. Nutzt das auf jeden Fall aus, denn nur so könnt ihr Kämpfe richtig gut meistern, minimale Verluste erleiden und halt wirklich auch richtig gut dominieren. Das waren meine fünf essentiellen Tipps, um das Spiel wirklich zu verstehen und die Mechaniken meistern zu können und auch langfristig gegen schwere KI sich durchsetzen zu können. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so für Tipps habt, was ich noch vielleicht vergessen habe, was ihr ergänzen würdet oder generell mal eure Meinung, wie ihr denn mit der Schwierigkeit dieses Spiel zurechtkommt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jede Unterstützung hilft mir. Haut rein.